Willkommen zurück zu unserem SEO-ABC. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Das SEO-ABC geht in die dritte Runde. In der Folge 115 haben wir Begriffe aus der Welt der Suchmaschinenoptimierung erklärt, die mit A, B oder C anfangen. Und dann waren natürlich auch die Buchstaben D, I und F in der Folge 119 dran. Und nun geht es weiter mit den Buchstaben G, H und I. Also packen wir es an. Starten wir mit dem Buchstaben G. Natürlich beim Buchstaben G fällt mir G wie Google ein. Google ist die unangefochtene Nummer eins unter den Suchmaschinen. Also am besten, du optimierst deine Webseite nach den Kriterien von Google, um eben einfach von der größten Nutzerbasis im Internet zu profitieren. Und übrigens, das Wort googeln hat es sogar auch schon in den Duden geschafft. Wusstest du, dass Google seinen Namen von dem Wort Google hat? Und Google bedeutet, das ist eine Eins mit hundert Nullen. Also ich wusste das ehrlich gesagt nicht. Und dieser Begriff ist eine Anspielung auf die unendliche Menge an Informationen im Internet. Und ich finde, dass Google auch gut in unser SEO-ABC passt. Denn die Mutter von Google ist ja Alphabet. Und damit sind wir halt wieder bei dem SEO-Alphabet. Kleiner Scherz am Rande. Okay, lass uns weitermachen mit Google Analytics. Google Analytics ist die Anwendung, mit der du den Traffic auf deiner Webseite überwachen kannst. Das ist ein sehr mächtiges Tool, denn du kannst nicht nur genau sehen, wie viele Besucher deine Webseite besuchen, sondern du kannst auch sehr detaillierte Informationen darüber erhalten, woher diese Besucher kommen und was sie auf deiner Webseite tun. Du kannst auch erkennen, welche Seiten am beliebtesten sind, wie lange Besucher auf deiner Webseite bleiben und auch über welche Kanäle sie zu dir finden. Letztendlich ist Google Analytics absolut unerlässlich, um den Erfolg deiner Webseite zu messen und Strategien für zukünftiges Wachstum zu entwickeln. Wenn ich bei Google Analytics bin, dann muss ich auch gleich noch die Google Search-Konsole dort mit anschließen. Auch die Google Search-Konsole ist dein direkter Draht zu Google. Mit der Search-Konsole erhältst du ebenfalls wertvolle Einblicke, wie Google deine Seite wahrnimmt. Du kannst relativ schnell nachvollziehen, wie Besucher über die Suche zu dir finden und du kannst, das ist ganz wichtig, Fehler auf deiner Seite erkennen und beheben. Auf diese Art und Weise kannst du deine Webseite gezielt für eine bessere Sichtbarkeit in den Suchergebnissen optimieren. Über die ganzen Gemeinsamkeiten und feinen Unterschiede zwischen Google Analytics und der Google Search-Konsole haben wir eine vorherige Folge gemacht und zwar ist das die Folge 123. Hör doch da einfach nochmal rein. Ich kann vielleicht noch ergänzen, dass die Google Search-Konsole wie die kleine Schwester von Google Analytics ist. Die Google Search-Konsole ist nicht ganz so umfangreich, da sie ja auch nur die organische Suche bei Google berücksichtigt, während du bei Google Analytics natürlich alle Kanäle einsehen kannst. Ich finde aber, dass jeder Webseitenbetreiber unbedingt die Google Search-Konsole anschließen sollte, denn sie gibt ja viele wertvolle Informationen und diese Verknüpfung zur Google Search-Konsole ist relativ einfach. Und selbst wenn du dabei Schwierigkeiten hast, dann kannst du dich gern an Spezialisten wenden, so zum Beispiel auch an uns. Aber auf jeden Fall empfehle ich, die Google Search-Konsole anzubinden und wie Frank schon sagte, du kannst eben auch Fehler entdecken in der Google Search-Konsole, wenn mit deiner Webseite was nicht stimmt. Und damit geht es weiter zu H wie Headlines. Headlines übersetzt heißt einfach Schlagzeile. Die Schlagzeilen sind total wichtig, wenn du deine Inhalte wirkungsvoll ankündigen möchtest. Die Headlines sollten so gestaltet sein, dass sie wirklich Aufmerksamkeit erregen und auch letztendlich so Neugier wecken, sodass dein User und der Nutzer, der Leser wirklich sagt, ich will jetzt tiefer in den Text eintauchen und ich will wirklich weiterlesen. Wenn du eine Headline richtig gut formulierst, dann kann es dazu führen, dass sie wirklich den Unterschied macht zwischen einem Artikel, der halt nur nur da steht irgendwo im Netz und einem Artikel, der tief gelesen wird und der auch weiter verbreitet wird. Also gib dir bei den Headlines richtig Mühe. Weiter geht's mit der Homepage. Die Homepage ist das digitale Eingangstor und das Gesicht deiner Webseite. Sie ist quasi die zentrale Anlaufstelle, die Besucher begrüßt und ihnen einen Überblick über das bietet, was sie auf deiner Webseite finden können. Es ist die Seite, die in der Regel als erste angezeigt wird, wenn jemand deine Domänen in einen Browser eingibt. Die Homepage leitet dann Besucher zu weiteren spezifischen Seiten deiner Webseite, wie über uns, Dienstleistungen, Produktseiten oder auch die Kontaktinformationen. Die Homepage ist also nur eine Webseite innerhalb deines Webauftritts und dieser gesamte Webauftritt wird auch gern als Webseite bezeichnet. Und die Webseite, das ist die gesamte Sammlung von Webseiten und Inhalten, die unter deiner Domänen verfügbar sind. Dann geht's weiter mit dem HTTPS. Das kennst du mit Sicherheit, das steht ja immer vorne, wenn man eine Webseite eingibt. Das ist ein bisschen technischer Begriff, hat aber damit zu tun, dass wir Datenschutz und Sicherheit im Internet immer höher stellen. HTTPS ist die Abkürzung von Hypertext Transfer Protocol Secure. Das ist einfach eine verschlüsselte Version des ursprünglichen HTTP-Protokolls und bedeutet eigentlich, dass die Kommunikation zwischen deinem Server und dem Browser abgesichert ist und damit dann auch deine Besucher schützt. Die Einrichtung von HTTPS ist wichtig, um das Vertrauen deiner Besucher zu gewinnen und die Sicherheit der Daten zu gewährleisten. Google hatte vor einigen Jahren wirklich gesagt, HTTPS ist zwingend erforderlich, damit wir Webseiten eben wirklich indexieren. Und heutzutage ist eigentlich das der totale Standard und man braucht darüber eigentlich gar nicht mehr großartig nachdenken. Es gibt aber noch einen technischen Begriff, der hier unter H erwähnt werden muss und zwar ist das das HTML. Die Abkürzung, also ausgesprochen heißt das Hypertext Markup Language und ist die Grundlage jeder Webseite oder Website. Es ist quasi die Programmiersprache, die verwendet wird, um Webseiten zu erstellen und zu programmieren. Bei HTMLs hast du sogenannte Tags, du hast aber auch Codes und all das ermöglicht es dem Browser, den Inhalt so zu verstehen und ihn auch so anzuzeigen, wie du es eben vorher eingestellt hast. Und letztendlich gäbe es ohne HTML überhaupt keine Webseiten, so wie wir es im Moment kennen. Zu HTML ist eigentlich gar nicht mehr so viel zu sagen, außer dass es eben der Code ist, der für die Suchmaschinen lesbar ist und wichtig ist und man sollte einfach wissen, dass das im Hintergrund abläuft. So und jetzt habe ich noch einen technischen Begriff. Es tut mir leid, bei H sind halt ein paar technische Sachen mit dabei und zwar H wie Hosting. Also wenn du eine Webseite betreiben möchtest, dann brauchst du natürlich auch einen Platz, wo diese Seite sich befindet, wo sie liegt, wo sie aufgespielt ist. Und das Ganze nennt man einen Hosting, einen Hoster und einen Hosting Service. Letztendlich ist ein Hosting Unternehmen oder ein Hosting Service ein Unternehmen, was deine Webseite auf den Servern speichert und diese dann von dort ins Internet zugänglich macht. Es ist wichtig, dass du einen sehr zuverlässigen Hoster hast, der vor allen Dingen auch eine schnelle Ladezeit deiner Webseite ermöglicht und der natürlich logischerweise auch immer verfügbar ist. Da gibt es eine ganze Reihe von professionellen Anbietern, wo du dir wirklich einen Kopf machen solltest. Wie ist es? Der günstigste Anbieter, das günstigste Hosting ist nicht immer das Beste, aber das wäre nochmal eine separate Podcast-Folge. Und auch dazu habe ich noch einen klitzekleinen Funfact. Die erste Webseite wurde im Jahr 1991 von Tim Berners-Lee erstellt und sie enthielt lediglich Text und Links. Und heute, ja, man schätzt 1,7 Milliarden Websites im Internet, wobei das ist halt nur eine Schätzung. Es können auch wesentlich mehr sein. Wir wissen es ja nicht alles ganz genau. Wenn ich nochmal in Metaphern sprechen darf, dann erkläre ich immer Hosting so, das ist wie so ein Parkhaus für die Webseite. Also jede Webseite hat ihren Parkplatz und dann werden da halt die Unterseiten oder eben der Webauftritt wird dort abgelegt, der HTML-Code. Und ja, und daneben ist halt dann schon die nächste Webseite. Und da ist eben auch wichtig, beim Hosting drauf zu achten, dass die, ja, die Nachbarn, die nebenstehenden Webseiten, also quasi in dem Parkhaus auch relativ ordentlich sind und keine kriminellen Webseiten jetzt sind oder verbotene Webseiten. Denn das strahlt dann doch immer auch so ein bisschen ab beim Hosting. Also wie gesagt, ganz einfach wie ein Parkhaus. Aber damit sind wir auch schon beim Buchstaben I. Und da haben wir auch einige schöne Begriffe, nämlich ein ganz wichtiger Begriff und eine ganz wichtige Sache, die bei der Suchmaschinenoptimierung beachtet werden sollte, sind das Setzen von internen Links. Und interne Links, das sind eben die Verknüpfungen innerhalb deiner eigenen Webseite, die auf andere Seiten, auf Unterseiten oder eben auch Blogbeiträge verweisen. Und interne Links helfen dabei, eine logische Struktur und Navigation auf deiner Seite zu schaffen und ermutigen nicht nur den Google-Crawler, sondern natürlich auch deine Besucher, mehr von deinen Inhalten zu entdecken. Somit tragen eben interne Links auch zur Suchmaschinenoptimierung bei, da sie Google zeigen, welche Seiten auf deiner Webseite miteinander in Verbindung stehen und welche Inhalte besonders relevant sind. Der nächste Begriff mit I ist die Indexierung. Auch ganz wichtig. Damit Webseiten in der Suchergebnisliste bei Google überhaupt auftauchen können, müssen sie von Google indexiert sein. Ich sage immer, die Google-Crawler, die durchforsten das Internet und wenn sie dann eine Seite entdecken und die darf indexiert werden, dann krallen die sich diese und schleppen diese sich in ihren Index rein. Und damit sind sie erst mal so im großen Google-Index drin und bei einer entsprechenden Suchanfrage vom Nutzer über den Suchschlitz bei Google wird dann diese Webseite ausgespielt oder auch nicht. Aber die Voraussetzung ist eben, dass sich diese Webseite im Index befindet. Dann geht es weiter mit dem nächsten Begriff und zwar ist das das Inhaltsverzeichnis. Das Inhaltsverzeichnis wird auch gerne als Table of Content bezeichnet. Das ist quasi eine Liste der Hauptthemen in einem beispielsweise Blogartikel. Das heißt, das steht dann auch meistens oben, dass der Leser gleich weiß, was ihn in dem Artikel erwartet. Also es ist eine Orientierungshilfe für den Leser und das ermöglicht eben demjenigen, der das Ganze liest, auch wirklich schnell zu den bestimmten Abschnitten zu springen. Ein wirklich gut strukturiertes Inhaltsverzeichnis erleichtert natürlich auch die Navigation für die Suchmaschinen und kann auch dazu beitragen, dass deine Webseite bei den Suchergebnissen besser gelistet wird. Ich finde, dass das Inhaltsverzeichnis ein exzellenter Service ist für den Leser, weil er sieht einfach, wie viel hast du geschrieben und wenn ihn etwas besonders interessiert, kann er dort direkt reinspringen und ganz genau das lesen. In der Regel ist es dann auch so, dass jemand einfach durchscrollt und einfach etwas mehr liest, wenn er diesen Service sozusagen hat. Also ich finde, das ist aus dem Service-Gedanken her eine ganz feine Sache. Und damit bin ich auch schon bei dem nächsten Begriff und zwar ist das die Infografik. Also eine Infografik ist letztendlich nochmal eine visuelle Darstellung von Informationen und Daten, mit deren Hilfe man wirklich komplexe Informationen leicht und verständlich darstellen kann. Infografiken sind so in der Regel relativ, ja, ein bisschen farbenfroh, farblich crazy, aber auch visuell ansprechend. Also die Kunst ist ja hier wirklich mit schönen Farben komplizierte Sachverhalte einfach darzustellen. Deshalb eignen sich auch Infografiken dazu, bestimmte Wissensthemen gut rüberzubringen. Infografiken haben natürlich auch noch einen weiteren Effekt für die Suchmaschinenoptimierung. In dem Moment, wo du Infografiken wirklich in deine Webseite einbaust und alles das beachtest, was man für Suchmaschinenoptimierung für Bilder benötigt, spielt eine Infografik eben einfach auch dort mit rein. Wenn du den richtigen Title hast, den richtigen Tag hast, das alles attraktiv in die Webseite eingebunden hast, dann ist das Ganze natürlich eben auch attraktiv für den Leser und auch für Suchmaschinen. Und damit hast du wieder wichtige Begriffe rund um das Thema SEO und Webseiten kennengelernt. Das waren also unsere SEO-Begriffe G bis I. Wir hoffen, dass dir unsere Ausführungen weiterhelfen, deine Webseite noch weiter zu verbessern und sichtbarer zu machen. Also bleib neugierig, bleib am Ball und vor allem bleib optimistisch. Wir leben natürlich in einer Region und in einer Zeit, in der Informationen und Möglichkeiten buchstäblich auf der Straße liegen. Also nutze sie auch. Deshalb solltest du nicht vergessen, unseren Podcast zu abonnieren, uns auch ein Feedback ganz gern zu hinterlassen oder auch Fragen, die wir in den kommenden Episoden aufgreifen können. Und wie gewohnt findest du mehr Informationen auf unserer Webseite www.alsa-digital.de. Und damit verabschiede ich mich bis zum nächsten Mal und sage Tschüss. Und ich sage auch Tschüss, auf Wiedersehen bzw. auf Wiederhören bis in einer der nächsten Folgen. Ciao! Ciao! Bis zum nächsten Mal.